Ich lerne Deutsch. Nummer 315 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich glaube, ich muss bald etwas abnehmen. Ich möchte meine Schulden bei dir bezahlen. Nehmen Sie jeden Morgen nach dem Frühstück eine Kapsel ein. Erzähle mir die Geschichte in allen Einzelheiten. Erzähle mir die Geschichte in allen Einzelheiten. Das ist die Art von Musik, die ich mag. Das ist die Art von Musik, die ich mag. In Ordnung, so machen wir es. In Ordnung, so machen wir es. Warum magst du das Lied nicht? Warum magst du das Lied nicht? Ich zeige euch beiden, was Marita mir geschrieben hat. Ich zeige euch beiden, was Marita mir geschrieben hat. Ich zeige euch beiden, was Marita mir geschrieben hat. Ina war krank, ab morgen geht sie wieder in den Kindergarten. Ina war krank, ab morgen geht sie wieder in den Kindergarten. Machst du dir Sorgen um deinen Arbeitsplatz? Machst du dir Sorgen um deinen Arbeitsplatz? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir haben noch nie in der Küche getanzt. Das ist das erste Mal. Wir haben noch nie in der Küche getanzt. Das ist das erste Mal. Wenn alle Zutaten in der Schüssel sind, musst du kräftig umrühren. Ich arbeite in einer Brauerei, ich bin Bierbrauer. Es regnet so stark, dass ich durch die Autofenster kaum etwas sehen kann. Ich frage mich, wie du dieses Problem lösen wirst. Ich frage mich, wie du dieses Problem lösen wirst. Ich frage mich, wie du dieses Problem lösen wirst. Der Motor läuft nicht mehr. Anna braucht einen Automechaniker. Der Motor läuft nicht mehr. Anna braucht einen Automechaniker. Nach dem Training ist eine gute Idee, viel Wasser zu trinken. Nach dem Training ist es eine gute Idee, viel Wasser zu trinken. Woher kommt dieser Schaden? Wie viel kostet die Reparatur? Woher kommt dieser Schaden? Wie viel kostet die Reparatur? Die Buchhandlung ist in der dritten Straße links, direkt hinter der Ampel. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Buchhandlung ist in der dritten Straße. Die Buchhandlung ist in der dritten Straße. Untertitelung des ZDF, 2020